Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Video. Ich bin euer Mr.Wenem1974 und ja, ich kriege ja immer Fragen, Hey, welche Kollektion soll ich mir das anlegen? Ja, erstens definiert das grundsätzlich den Preis. Und dann sind wir auch schon bei den drei Kandidaten, wo ich sagen würde, achtet mal auf den Preis. Fangen wir mit der Atari Collection an. Ja, da stehen 80 Games drin. Das meiste sind 2600er Games und ein paar Arcade Games. Die Aufmachung ist aber total arm. Ihr habt eine nette Games Collection, ja, von der Anzahl, aber achtet eher mal drauf, was das Ding kostet. Also ich habe das gesehen, das wird schon für teuer Geld verramscht und ne, also besser nicht. Also da fehlt mir die Aufmachung und gefällt mir nicht. Die Aufmachung bei den beiden anderen ist dafür besser. Namco 50 Anniversary. Ihr seht, Pult Position, Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Galaga. Das sind schon schöne Sachen, aber ihr seht, es sind 14. Da muss man natürlich auch wieder den Preis beachten. Hier ist immer so eine Frage, tut man sich das an oder tut man sich das nicht an? Wenn ihr so ein Typ seid wie ich, dann lohnt sich sowas für einen Fünfer oder so. Aber guckt mal einfach, für was das heute verkauft wird. Also Bosconian sehe ich gerade, ist da auch drauf. Ist mit Vorsicht zu genießen. Hängt eben vom Preis ab. Gleiches mit Midway Arcade Treasures. Ihr seht Gauntlet, Joust, Defender. Das sind natürlich richtig, richtig knaller Namen aus der Arcade-Szene. Und ihr seht, hier sind 20 schon mal drauf. Und ungefähr kosten die beide fast gleich. Also ihr habt da 14, ihr habt da 20. Ist schon mal zu bedenken. Ich kann aber beide empfehlen für Leute, die sich Arcades interessieren. Sonst für den Retro-Collector, der mit Automatenspielen nicht zusammengeht, eher weniger. Und die Atari-Fassung, sage ich mal, finde ich ein bisschen langweilig. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch mehr. Fangen wir mit Midway Arcade Treasures 2 an. Ihr seht, das ist nicht umsonst die englische Fassung. Ihr seht, Featuring Mortal Kombat 2 und 3. Diese Collection werdet ihr in Deutschland nicht finden. Und das meine ich wirklich so. Ihr werdet diese nicht finden. Das heißt, diese ganzen Sachen wie NARC, Rage und natürlich die beiden Mortal Combats, oder Rampage, ist eine tolle Kollektion. Aber ihr findet sie nicht hier, weil da sind halt falsche Prügelspiele drauf nach deutschem Unterhaltungswert. Ansonsten kann ich die Kollektion nur empfehlen, aber wie gesagt, ihr findet sie nicht hier. Ihr braucht da gar nicht gucken. Und die Flohmärkte, die es haben, die haben es dann meistens nicht so lange oder für einen Schweinepreis. Midway Arcade Treasures 3 ist nicht so mein Favorite. Ihr seht, da ist Rush drauf, da ist Hydro Thunder drauf. Ja, das sind nette Racer, ohne Frage. Aber es sind eben nur Racer. Und das fand ich ein bisschen langweilig. Also es kam mir so vor, als hätte man jetzt eine Collection gebaut. Ach, was haben wir noch nicht verbraten? Komm, mach eine Disc. Den Rest haben die Idioten auch gekauft. Zack, komm, mach voll. Ja, und so wirkt es auch. Also, nee. Also, ist okay, aber das kriegt ihr auch nicht mehr für kleines Geld. Und das ist es dann nicht wert. Was allerdings unglaublich viel wert ist, ist Activision Anthology. Ihr habt die ganzen Klassiker von Activision auf den 2600. Ihr seht schon Stampede, Keystone Capers, Chopper Command, Barnstorm. Geile Sachen. Also allein schon die Games sind geil. Ihr habt da sogar ein paar Prototypen dabei, die ich noch gar nicht kannte. Ich weiß gar nicht, die wurden wahrscheinlich nie released. Habt da aber echt hier drauf. Und was ihr habt, ihr habt eine unglaublich gute Aufmachung. Das heißt, es gibt Achievements, ähnlich den Stickern von damals. Wer die noch kennt, das heißt, wenn man dann bestimmte Score erregnet, konnte man sich dann so einen Sticker dann bei Activision holen. Hier kann man das auch, weil virtuell halt. Und es ist unglaublich gut aufgemacht. Dieses Menü sieht klasse aus. Ihr habt 80er Jahre Musik. Also ganz ehrlich, diese Compilation kann ich nur jedem ans Herz legen. Die muss man in seiner Sammlung haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Also wer sich für sowas interessiert, das Ding ist fast jeden Euro wert. Haken wir die Sonic-Kollektion mal ab. Ich denke, Sonic muss man nichts anderes sagen. Der blaue Igel ist Kult. Es gibt noch eine Mega-Collection Plus. Ich glaube, die gibt es aber dann nur für Playstation und Xbox, glaube ich. Die habe ich noch nicht für ein Gamecube gesehen. Ich habe die beiden gefunden, irgendwo auf dem Flimmer und dachte mir, komm, nimmst du sie mit? Ist Sonic, machst du nichts falsch und ist auch so, macht man auch nichts falsch. Muss man nur gucken, ist der blaue Igel drauf, ist so wie Mario. Daher macht man gerne mal ein bisschen was teurer. Da muss der einfach mal sehen, ob er das wirklich... Taito Legends, oder Taito Legends, hier immer noch die Chance, wie heißen die richtig, sind die PC-Version. Bevor ich mit dem Guten anfange. Die beiden PC-Versionen haben etwas, was ich ganz unglaublich ganz toll finde, nämlich Digital Rights Management. Haben beide. Ganz toll, ganz toll. Freut sich jedes System drauf. Und ihr könnt davon ausgehen, aus späteren Versionen werden die alle nicht mehr laufen. Toll gemacht. Hervorragend. Finde ich großartig. Na gut. Egal. Das war nur so mein Mecker-Stunde des Tages. Sonst, eins und zwei kann ich nur empfehlen. Ist auch absolut Pflicht. Ihr habt tolle Sachen. Ihr habt Space Invaders. Ihr habt Bubble Bobble. Ihr habt Elevator Action. Ihr habt unglaublich viele Sachen, die wirklich absolut gut sind. Das ist fast auch eine ganz starke Kollektion. Ich denke, die haben sogar eine bessere Kollektion hingestellt als Midway. Kann ich also nur empfehlen. Muss man in seiner Sammlung haben. Für die PSP gibt es natürlich auch Collections. Da ist einmal Taito, Taito, Legends, Power Up. Das ist so ein Mischmasch aus Disk 1 und Disk 2 mit ein paar Variationen. Müsst ihr wieder überlegen, ob ihr das braucht. Ich habe es relativ günstig wieder gekriegt für einen Fünfer oder so. Und da kann man nicht viel falsch machen. Capcom Classic Collections, Remixed und Reloaded. Kann ich nur empfehlen. 1942 ist drauf zum Beispiel. Street Fighter ist drauf. Wirklich gute Sachen. Ich glaube sogar Ghosts and Goblins ist da glaube ich auch drauf. Müsst ihr jetzt mal da einfach mal ins Bild kriechen. Aber da ist eine Menge, was da drauf ist. Und ich fand beide Sachen echt gut. Tut euch mal einen Gefallen. Für denjenigen, der eine PSP hat. Das sind Collections. Da macht ihr nichts falsch. Es geht weiter. Und natürlich Sega Mega Drive Ultimate Collection. Wer das nicht zu Hause hat, der holt sich das Ding jetzt. Ihr seht, da sind 40 Games vom Mega Drive. Ihr könnt aber auch Games fürs Master System freispielen. Unter anderem den Golden Axe Warrior zum Beispiel. Das Ding ist einfach nur gut. Das Ding ist wirklich super gemacht. Und ich kann nur sagen, was da Sega hingelegt hat. Respekt, ganz große Nummer. Ist eine der fast besten Collection, die ich kenne. Das müsst ihr haben. Intellivision Lives ist eine Frage für die Leute, die sich für den Mattel Intellivision interessieren. Weil das ist ja meistens ein System, was in Deutschland eigentlich vollkommen unbekannt war. Tut euch mal diese Collection an. Ich habe damit angefangen. Und habe dann angefangen, dieses Ding mal eigentlich wertzuschätzen. Die Games sind ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es komplett alle Games sind, aber es sind eine Menge da drauf. Ihr habt alte Videos, alte Werbung. Ihr habt auch ein bisschen Background Story. Das Ding kriegt ihr auch fast nachgeschmissen, weil eben die meisten Leute den Intellivision überhaupt nicht kennen. Deswegen kriegt ihr das wirklich auf den Flohmarkt hinterhergeworfen. Tut es euch mal an. Ist ganz interessant für jemanden, der mal ein bisschen was anderes sehen will. Auch Systeme, die nicht ganz so populär waren in Deutschland. Das Ding ist auf dem Niveau von Atari 2600 und ColecoVision. Das heißt, die waren alle drei in der gleichen Liga. Und nach dieser Dokumentation wisst ihr auch warum. Also kann ich auch nur sagen, zu Recht. Kommen wir zu den letzten dreien. Xbox 360 und Wii. Die Dreamcast Collection. Ich bin ein Fan von der Dreamcast. Ich habe selber eine und ich finde die echt super. Technisch brillant. Sega hat damit eigentlich alles richtig gemacht. Es hat trotzdem keiner gekauft. Warum auch immer. Also auch da wieder Qualität setzt sich manchmal dann doch eben nicht immer durch. Aber gut, was willst du machen? Für die Xbox kam nun jetzt eine Disc raus mit vier Games. Crazy Taxi, Space Channel 5, Sonic Adventure und dieses Angel Game. Was ich nicht so riesig finde. Die anderen drei Games sind absolut Pflicht. Für Dreamcast Fans definitiv interessant. Und wenn ihr die Chance habt, das Game zu kriegen. Das lohnt sich auch auf der Xbox. Capcom Digital Collection ist eine Frage. Ob ihr Fan seid von Xbox Live Arcade Games in HD Remixes, HD Edition. Das sind acht tolle Titel drauf, die wirklich gut sind. Die Frage ist nur, ob den Retroporisten das nicht schon vielleicht zu crazy neu ist. Das müsst ihr aber selber entscheiden. Ich fand das cool. Ich hab's gesehen und dachte mir, ey, das muss er haben. Was ich zu spät gesehen habe, deswegen musste ich da echt ein bisschen hinterher laufen. Die SNK Collection für die Wii. Ja, SNK. Neo Geo. Die Konsole, die mir immer noch fehlt. Ja, der Maybach der Konsolen, wie ich immer so schön sage. Das absolute Schlachtschiff, was legendär geworden ist für seine Beat'em Ups. Ja, und da gab's für die Wii eine SNK Collection mit sehr guten Beat'em Ups. Wer eine Wii hat... Hier, das Ding. Sofort holen. Das ist ein Pflichtkauf. Das ist so eine starke Collection, die muss man haben. Also kann ich nur empfehlen. Absolut super. So, das war meine Sammlung meiner Kollektions-Anthology-Dists-irgendwas. Ich bin euer MrWenem1974. Wenn's euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt hab ich ja euch ja mal den ein oder anderen Kauftipp gegeben. Tut das und ihr werdet Spaß haben. Bis dann. Tschüss.